Die Bettmeralp ist Ausgangspunkt für viele sportliche Aktivitäten und sinnliche Erlebnisse rund um die Aletsch-Arena. Eine geführte Gletschertour auf dem großen Aletsch-Gletscher gehört dabei sicher zu einem besonders eindrücklichen Erlebnis. Ein eiskaltes Sommervergnügen. Es gibt viel zu bestaunen auf dem Gletscher. Ein Fels auf einem eisigen Fuß. Der Gletschertisch. Eine solch artistische Einlage bekommt man nicht auf jeder Gletschertour geboten.